Bad Bevensen, die Stadt der Jod-Sole-Therme, ist das Ziel unseres heutigen Ausflugs, wobei uns die 1964 entdeckte Heilquelle weniger interessieren wird, denn ich möchte euer Augenmerk auf den Bahnhof der Kurstadt lenken. In gewohnter Weise werde ich ein wenig in die Vergangenheit schauen, ein paar infrastrukturelle Besonderheiten aufzeigen, das Betriebsgeschehen beleuchten und den Blick in die Zukunft wagen. Stichwort Alpha E. Das 9000 Einwohner zählende Städtchen Bevensen, das seit 1976 das Bad im Namen tragen darf, liegt in der östlichen Lüneburger Heide an der Magistrale Hamburg-Hannover und erhielt schon bei deren Eröffnung 1847 einen Bahnhof. Im Lauf der Jahrzehnte mauserte sich die Strecke zu einer bedeutenden Nord-Süd-Schlagader. Seit 1965 ist hier die viel zitierte Elektromobilität an der Tagesordnung und seit 1984 können Intercity und Co. mit 200 Sachen durch Bad Bevensen ballern. Führen wir uns zunächst einen Gleisplan des Bahnhofs zu Gemüte. Dieser besteht aus den durchgehenden Hauptgleisen 1 und 2 sowie den Überholungsgleisen 5 und 6, ist also eigentlich recht übersichtlich. Ehe dem gab es an allen Ecken und Enden Anschlüsse zu ortsansässigen Betrieben sowie einen kleinen Güterbahnhof mit allem, was dazugehört. Kopf- und Seitenrampen, Freiladegleise, Güterschuppen und so weiter. Seit Sommer 1994 läuft der lokale Güterverkehr in Bad Bevensen zu 100% auf der Straße. Der größte Teil des Güterbahnhofs ist heute mit einem Parkplatz überbaut. Einige traurige Gleisreste sind noch vorhanden. Dem Personenverkehr dienen zwei Außenbahnsteige, die über einen Fußgängertunnel miteinander verbunden sind. Der Fahrdienstleiter bedient Weichen und Signale mit einem 1964 in Betrieb genommenen Relais-Stellwerk der Bauform DRS2. Wir erinnern uns, im selben Jahr wurde die Jod-Sohlequelle entdeckt. Entgegen anderslautender Gerüchte allerdings nicht beim Bau von Signalkabelschächten, sondern bei Probebohrungen der Deutschen Erdöl-Aktiengesellschaft. Manch einem Betrachter wird die ungewöhnliche Anordnung der Weichen und Signale ins Auge springen. In der Tat unterscheidet sich die Gestaltung des Bahnhofs Bevensen von denen vergleichbarer Größe, denn die Unterteilung solch kleiner Stationen mit Zwischensignalen ist keine alltägliche Lösung und auch die Fahrmöglichkeiten gestalten sich ein wenig unkonventionell. Bei der Einfahrt von Süden nach Gleis 5 zeigt das Einfahrsignal A Langsamfahrt und das Vorsignal den zum Zwischensignal R5 passenden Begriff. Bei Einfahrt nach Gleis 1 oder 2 bleibt das Vorsignal dunkel, weil die Ausfahrsignalgruppe N 1,8 Kilometer entfernt steht, wird sie separat angekündigt. Nicht in der Stellwerkslogik vorgesehen, jedoch bedeutsam für die tägliche Entrostung der Weichenverbindungen ist die krumme Durchfahrt vom Regelgleis aus Uelzen über Gleis 2 zurück ins Regelgleis nach Bienenbüttel. Die Ausfahrt kann erst gestellt werden, wenn die Einfahrzugstraße aufgelöst wurde. Am Einfahrsignal B ist gar kein Vorsignal angeschraubt, weil die einzige Fahrstraße geradeaus zum Signal N 2 führt. Eine Einfahrt von Süden nach Gleis 6 ist ebenso wenig möglich wie von Norden nach Gleis 5, weil die entsprechenden Zielsignale in den Überholungsgleisen fehlen. In Fahrtrichtung Hamburg-Hannover führen praktisch alle Wege am Zwischensignal S 2 vorbei. Beim Wechsel ins Gegengleis nach Uelzen fungiert es als Ausfahrsignal, denn am Südende der Gleise 1 und 5 folgt kein weiteres Hauptsignal. Folglich steht der Gegengleisanzeiger mitten im Bahnhof, was man auch nicht allzu häufig sieht. Das Signal S 1 wurde erst Ende der 90er Jahre aufgestellt und tritt nur bei einer der seltenen durchgehenden Gegengleisfahrten von Bienenbüttel bis Uelzen in Aktion. Ein klassischer ICE 1 benötigt bei Tempo 200 rund 48 Sekunden, um den Bahnhof komplett zu durcheilen. Bad Bevensen wird im Stundentakt durch die von der Metronom-Eisenbahngesellschaft betriebene RE-Linie 3 Hamburg-Uelzen-Hannover bedient. Im Berufsverkehr und am Wochenende kommen ein paar Verdichterzüge hinzu. Seit Ende 2018 darf sich die Kurstadt sogar mit dem zweifelhaften Kritikat ICE-Halt brüsten, denn zu diesem Zeitpunkt wurde die Fernverkehrslinie 26 von Lok bespannten Zügen auf die ICE-Baureihe 411 umgestellt, von denen einige wenige auch in Bad Bevensen verschnaufen. Vor 2002 hießen die in derselben Zeitlage verkehrenden Züge noch Interregio und die Stadt der Jod-Sole-Therme war Systemhalt der IR-Linie 19, was ihr Direktverbindungen nach Oberstdorf und Konstanz bescherte. Mein erster Besuch vor Ort datiert vom Himmelfahrtstag 1992. Dabei entstanden diese nicht allzu tollen Fotos durchfahrender Intercities und haltender Eilzüge. In den Folgejahren schaute ich hin und wieder mal vorbei. 2008 schoss ich südlich des Bahnhofs sogar mein allererstes Foto mit einer Digitalkamera. Für die wenigen Menschen, die sich an im Blockabstand rollenden Zügen ergötzen können, ist Bad Bevensen ein Paradies, denn der Betrieb auf der Strecke Hamburg-Hannover gestaltet sich seit jeher ausgesprochen lebendig und bunt. 1970 waren hier im werktäglichen Durchschnitt 200 Züge unterwegs. Vor 20 Jahren 250, mittlerweile deutlich über 300. An guten Tagen auch mal mehr als 350. Da drängt sich alles auf den Gleisen, wobei das Problem weniger in der hohen Zugdichte liegt, als in der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen dem 200 kmh schnellen Fernverkehr und den 90 bis 100 kmh langsamen Güterzügen. Auch die Nutzer des Metronom können ein Lied davon singen. Denn der RE3 ist zwischen Lüneburg und Oelzen durch die ICE-Linien 20, 22 und 25 förmlich festgenagelt, wie dieses Zeitwegdiagramm zeigt. Der Metrosch kommt in beiden Richtungen unmittelbar hinter dem vorweglaufenden ICE auf die Strecke und schafft es knapp vor dem folgenden in den nächsten Knoten. Vorausgesetzt, alles läuft plan bei Oborn. Besonders von Süd nach Nord ist das eine ganz enge Kiste, denn die ICE liegen nur eine Viertelstunde auseinander, während es in Gegenrichtung immerhin 20 Minuten sind. Ist der erste ICE später dran, drückt er den RE3 nach unten und dieser bremst wiederum den zweiten ICE aus. Daher ist es öfteren zu beobachten, dass der Metronom in Bad Bevensen einem ICE den Vortritt lässt, wozu er im Gleis 5 fällt und erst nach erfolgter Überholung zum Bahnsteig vorrückt. Die Aus- und Neubauplanungen zwischen Hamburg, Bremen und Hannover habe ich auf diesem Kanal mehrfach kritisch beleuchtet und bahnbrechende Wendungen zeichnen sich noch immer nicht ab. Das Dialogforum Schienenort hat 2015 unter anderem den dreigleisigen Ausbau Lüneburg-Ulzen empfohlen, wie man so sagt, der im Bundesverkehrswegeplan um das Schlagwort Ortsumfahrungen ergänzt wurde. 2019 hat die Deutsche Bahn Fahrwegkapazitätsbetrachtungen für eine optimierte Dreigleisigkeit präsentiert, die genau das bestätigen, was der Gutachter bereits im Dialogforum unmissverständlich ausführte. Dass ein drittes Gleis nicht ausreicht, um die prognostizierten Verkehrsmengen zu bewältigen und, ganz abgesehen davon, die gemäß Deutschland-Takt vorgesehenen Fahrzeitreduzierung im Fernverkehr nicht realisierbar sind. Hinzu kommt, dass diese optimierte Dreigleisigkeit ein katastrophales Nutzenkostenverhältnis von, je nach Prognosehorizont, 0,47 oder 0,76 aufweist. Man darf gespannt sein, wie die noch ausstehende betriebliche und wirtschaftliche Bewertung der Ortsumfahrungen ausfällt. Der völlig von Eisenbahn-spezifischer Fachkompetenz befreite und obendrein beratungsresistente Projektbeirat Alfa E erklärte dazu im November 2019, Äh, wie bitte? Die Umfahrungen sind jetzt Gegenstand der Untersuchung? Die stehen doch schon seit 2016 im Bundesverkehrswegeplan. Wie tief hat denn der Projektbeirat die letzten vier Jahre geschlafen, dass er das nicht vorher gemerkt hat? Aber lasse ich dieses Thema erstmal ruhen und warte auf die Ergebnisse weiterer Untersuchungen. Fest steht, dass noch sehr viel Zeit verstreichen wird, bis im Raum Bad Bebensinn irgendwas Richtungsweisendes passiert. Wer sich heute über die Unzuverlässigkeit des RE3 aufregt, wird das auch in 10 oder 20 Jahren noch tun können. Was diese seit, ich möchte fast sagen, Jahrhunderten auf der Stelle tretenen Planungen für die angestaubte Signaltechnik rund um Bad Bebensinn bedeuten, ist unklar. Der Abschnitt Lüneburg-Ulsen ist der letzte zwischen Hamburg und Hannover, auf dem Relais-Stellwerke aus den 60er Jahren im Einsatz stehen. Einen dreigleisigen Ausbau wird diese Alttechnik sicher nicht überleben. Aber wird DB Netz ein elektronisches Stellwerk in Angriff nehmen, bevor irgendjemand weiß, wie es hier weitergeht? Hm. Der Bebenser Stelltisch ist nebenbei bemerkt nicht annähernd so alt wie die dahintersteckende Technik, denn er wurde erst 1997 installiert. Zuvor lag zwischen Bad Bebensinn und Hülsen der Bahnhof Emmendorf, in dem schon seit 1976 keine Reisezüge mehr hielten und der im Wesentlichen aus einem 600 Meter kurzen Überholungsgleis und einem weichen Trapez bestand. Nach seiner Aufhebung wechselten die Blocksignale der Nord-Süd-Richtung in die Zuständigkeit des FDL Bad Bebensinn. Zwischen dem Signal 70 am früheren Standort des Emmendorfer Einfahrsignals und dem folgenden Signal 64 entstand dabei der mit 2,8 Kilometern längste Zugfolgeabschnitt der Strecke Hamburg-Zelle, denn das Ausfahrsignal entfiel ersatzlos. Zwischen Bad Bebensinn und Emmendorf verlief übrigens die Grenze der Bundesbahndirektion in Hamburg und Hannover. Die Stellwerke südlich dieser Demarkationslinie waren mit Selbststellbetrieb ausgestattet, bei dem Ein- und Ausfahrsignale durch die sich nähernden Züge angesteuert werden. Diesen Luxus gönnte die BD Hamburg ihren Fahrdienst leider nicht. Bad Bebensinn und seine nördlichen Nachbarn mussten und müssen bis heute jedes Signal einzeln bedienen. Weil in Emmendorf fast keine Überholungen anfielen, gab es Schichten, in denen der FDL seinen Stelltisch nicht ein einziges Mal anrühren musste. Heute erinnern bloß noch die Quertragwerke im Bereich des ehemaligen Überholungsgleises und das privat genutzte Empfangsgebäude an den Bahnhof Emmendorf. Soviel zu unserem Ausflug nach Bad Bebensinn. Wer den Bahnhof und seine Umgebung im jetzigen Zustand erleben will, muss sich nicht unbedingt beeilen. Hier bleibt erstmal alles so, wie es ist. Und ein kleiner Tipp noch, packt euch eine Badehose ein. Für den Fall, dass wegen irgendeiner technischen Störung oder spielenden Kindern am Gleis mal stundenlang nichts fahren sollte. Dann könnt ihr wenigstens noch in der Jod-Sole-Therme einkehren und etwas für eure Gesundheit tun. Viel Spaß dabei und bis bald! Und bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020